so leute und herzlich willkommen zurück ja zu skypark und der 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 wind ist dabei ja ja wie gesagt jetzt wieder zu einer weiteren folge zu einer weiteren aufnahmesession jetzt kann eigentlich machen wir das so dass jetzt alle zwei tage video kommt es kann wieder zwei tage kein video und dann also wird jetzt erst aufgenommen das war aus zeitlichen gründen gegen das jetzt nicht aber das gute ist wir sind jetzt in der 1.4.6 da sieht man auch hier gerade wenn ich aus meinem inventar scrolle da sieht man so diamant und hidden star und so da steht dann immer und ja was muss zu sagen wir haben auch ein thema für diese folge glaube ich hatte hattest du ja rausgesucht musst du dann gleich mal vorlesen und ich spiele jetzt nicht mehr mit mitte 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 der controller spiele jetzt mit der maustaste so wieder weil das ein bisschen weil ich da ein bisschen zu viel herum fehle und ich will ich nicht so gut auf das geschehen konzentrieren kann so ist es finde ich viel besser jetzt wollen wir auch aus der probe ein bisschen herum geblabbert und da habe ich dann auch einfach so in der probe das hier schon geschafft und da habe ich gesehen das geht mit der tastatur ein bisschen besser und es hat in der letzten folge ein bisschen gerauscht oder weiß ich weiß nicht ob das manche wohl nicht bemerkt haben aber jetzt müsste es eigentlich gefixt werden sein würden und ansonsten gibt es nicht viel neues ansonsten ja ein neues projekt wird jetzt auch starten weil wir machen wir machen ja jetzt nur das jetzt adventure map ne wir werden ja auch noch dings machen ein survival projekt wird jetzt auch wieder starten survival oder battle projekt werden wir dann halt gucken und das wird dann halt auch nebenbei gucken damit dann zwei sachen auf einmal kommen damit es nicht zu langweilig wird und da sowieso so selten ein video kommt haben wir gedacht machen wir wenigstens verschiedene sachen damit man nicht dann zwei drei tage wartet und dann kommt wieder nur der zweite part oder sowas von irgendeinem projekt was einem nicht so gefällt aber wenn wir dann noch sehen was dann so kommt toll wenn wir dann noch sehen was dann so alles kommen wird und ich hoffe ihr hört jetzt die tastatur schläge nicht und die mausschläge sollte eigentlich nicht so sein aber naja aber naja so wo bist denn du auch da ah ich habe kein optifine drin shit da ist die 1.4.6 gibt es dafür schon optifine ähm ich glaube man nicht und eigentlich schon weil das ja die 1.4 ist man nicht die 1.5 müssen wir das eigentlich schnell hinkriegt ja ne weil das ja ich glaube nicht dass es hier so viel dass hier so viel gemacht wurde bei 1.6 hm ich hätte da sogar schon ein thema für die nächste folge ist ja krass diesmal haben wir ja voll viele oh 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 voll viele themen ähm würdest du schon mal das thema wieder raussuchen weil das so ausgesucht ist ja ok ähm warte mal kurz gucken weil wir haben das thema aus den kommentaren genommen sonst hat irgendjemand geschrieben weiß ich nicht ah ja da ähm ähm wie bist du auf deinen namen gekommen auf den youtube namen auf meinen youtube namen puh sehr lange geschichte nein ich war es ähm so lange ist die gar nicht ich war da so am pc eines tages dachte ich mir so ähm weil damals wollte ich halt so edits machen also minecraft edits wollte eigentlich nie lastface machen und dann kam ich so hm hm es gibt schon diese ganzen lp namen und sowas kann man noch was anderes nehmen und so ja und dann dachte ich mir so ja ähm mach ich mal mit play ne ist auch ganz cool eigentlich play so dahinter aber dachte ich mir so ja irgendeine eigenschaft so von mir zum beispiel noch so wollte ich noch hinzufügen zum beispiel ähm jetzt nicht irgendwelche fantasien namen sondern einen namen der so irgendwie so zu mir passt oder so oder was auch irgendwie stimmt ähm da hab ich genommen so weil ich sehr wenig zeit habe zum aufnehmen dachte ich mir so ja ich hab keine zeit und dann dachte ich mir so zeitspiel und so zeit play und ähm und ähm sad ist türkisch und heißt ähm zeit und dachte ich mir so sad play weil zeit play würde ein bisschen scheiß anhören ne dann dachte ich mir so sad play das hört sich voll geil an und dann hab ich mir das so hab ich das genommen und dann hab ich irgendwie monatelang nichts auf dem kanal gemacht und dann ja so kam ich dann halt auf den namen dann waren halt dann warst du ja damals noch mit einem kumpel bei mir und dann haben die so habt ihr so gesagt ih was ist das für ein scheiß namen und so weißt du noch ja ja da hab ich euch den kanal doch gezeigt und ja dann dachte ich mir so wenn der name so scheiß ist dann mach ich da lieber nichts drauf aber dann hab ich trotzdem videos gemacht und ja dann haben wir fast nur fps test ne ja da waren ja nur dieser kurzfilm oder was weiß ich was da dieser fps test und sowas und dann das erste tutorial kam dann mit too many items oder so mhm war eigentlich nicht geplant so solche sachen so lp so überhaupt sachen mitreden und sowas ja und eigentlich nur so edit medit machen aber das macht uns auch spaß deswegen haben wir das ja auch angefangen das hätten wir das ja gar nicht erst angefangen mhm ey ich versuche ich schaff diesen sprung einfach nicht das böse ist jetzt dass ich das in 2-3 minuten mein das ist schon durchgenommen das thema aber sonst wie bist du auf dem place gekommen ja also ähm eigentlich das ist ganz simpel ähm ich wollte eigentlich auch nicht play machen also ja ja wie ich und so weil das so komisch klingt dann dachte ich so ähm also ich spiele so devin place halt dann bin ich so auf den namen gekommen aber das ist ja irgendwie devin place ne ja also den e hab ich einfach weggelassen so ich weiß auch noch nicht aber gab's den namen nicht oder war das schon unverfügbar oder wie das heißt ich glaub also das hab ich extra gemacht glaub ich glaubst du also glaub ich das hab ich extra gemacht ja ähm dann ne fragen an euch ihr könnt ja in die kommentare schreiben wie ihr zu eurem youtube namen gekommen seid genau das wär ja auch ganz cool interessant mich interessieren wenn ihr wenn da so komische namen sind wie so extension lp wie man auf so einen namen kommt das würde mich wirklich interessieren es gibt also welche die geben irgendwie bei google bei google ein coole namen und dann kommt so komischen namen und dann nehmen die das und machen dahinter ein lp oder so dahinter und dann sagen ne ja der ist cool aber ich finde es eigentlich ganz gut wenn man so namen nimmt die so von ich weiß nicht so wie zum beispiel zeitspiel weißt du also wenn man so überlegt was mach ich was hab ich nicht oder so oder worauf achte ich so ich achte auf zeit und so und dann dachte ich mir so zeit zeitspiel das ist eigentlich ganz cool so ich mach mal grad einen test ob man ob man die maus hört äh ob man die tastatur hört also die tastatur hört 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 etwas meine ja ok und jetzt ja etwas 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 noch weil ich hab die jetzt ein bisschen weiter weggeschoben ist ein bisschen schwieriger zu spielen aber kein problem hier komm ich einfach nicht weiter bei diesem einsprung komm ich auch nicht weiter ey vorhin aber in der probe wo wir ein bisschen gequatscht haben habe ich es irgendwie geschafft nein alter nein das sound von dir hört sich auf jeden fall auch besser an jetzt ja ich hab auch das Mikro von dir also vor allem dein altes ja ja ich meine dann überhaupt weil letzte Folge da war das Mikro ein bisschen komisch eingestellt oder so scheiße ah nein weil ich fehlen genauso viel rum wie mit dem Pad alter mit dem Jim Joy Ding in der Controller so können wir uns jetzt ein Thema besprechen ne ja aber für die Folge haben wir doch jetzt nur das Thema Namen Youtube Namen Youtube Namen Youtube Namen das war es eigentlich für diese Folge also mit dem Thema her vom Thema her das Thema muss ja nicht unbedingt die ganze Folge durchgehen ja so ein bisschen ähm du kannst ja noch besprechen welche Spiele du am meisten magst oder sowas magst du welche Spiele magst du denn also ähm 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 mein Lieblingsspiel ist ähm du bist jetzt immer noch GTA ähm ähm weil ich liebe einfach diese Open World Spiele Minecraft ja Minecraft ja Minecraft auch deswegen Spiele ist das ja ja und ähm ja GTA war schon haben die schon immer gut gemacht okay GTA 1 und 2 2D aber die waren auch ganz cool für damals aber dafür war es ganz schön was sie gemacht haben ja aber ist auch erstmal besser wenn wir nur für ein Thema pro eine Folge machen weil wir können ja nicht gleich zwei Themen in die in die Dings schreiben ne ja dann besprechen wir das einfach in der nächsten Folge weiter an ja irgendwie so oder ich sehe ja also wir können ja einfach durchreden ne ja ich sehe dann ja ungefähr wann die Folge vorbei ist und wann nicht und sowas aber wenn ich jetzt genau sage 15 Minuten dann ist auch ein bisschen blöd weil es dann wie gesagt reden wir schon Sachen die in der zweiten Folge drankommen und das ist vielleicht richtig viel Schneidearbeit dann jetzt extra wegen dem Thema das auszuschneiden und so deswegen kann es sein dass ihr ein bisschen von dem zweiten Thema schon hört und dann die zweite Folge äh dass die erste Folge dann einfach so aufhört dann habt ihr vielleicht sogar schon einen Vorgeschmack was in der nächsten Folge kommen wird ist ja auch gut ja Smaragd Blöcke hast du schon mal Smaragd gefunden in Minecraft äh nur einmal ja ja ich habe mich gerade selbst gehört das war nicht gut aber dann mach ich mal etwas leiser sag mal was ach shit alter und sag mal was ich habe eine Katze gehört warte ich bin viel zu leise das war gerade die Katze aus meinem Profilbild da miau hörst du ihn gerade? ja ich habe ihn gerade gehört ja mach ich lass mir ganz zeigen so ja oh ich bin schon so weit gerade ja wie habe ich es in der Probe geschafft? ich habe es einfach gemacht einfach so ganz easy so nebenbei nein was war das? ich gucke wie du du bist doch Batman warum fliegst du nicht? ja du fliegst so einfach hoch so wenn ich noch Spiderman wäre Spiderman? es gibt doch auch Spiderman-Skin zu dir genommen aber shit wenn ich die eigene ah shit alter boah warum komme ich denn nicht hoch? ich merke schon dass wir ein bisschen leiser reden also ich weil wir reden ein bisschen leiser reden müssen ja sind wir gerade laut oder? nein nein ich meine nur überhaupt diese Folge sind wir nicht so hyper tief wie in den letzten Folgen ja shit shit oh Junge diese diese bei dieser Ecke dieser Sprung bei der Ecke diese komische Ecke da kann man gar keinen Anlauf nehmen ja die kacke das muss einfach sein ist aus der Welt gefallen sooo ich schaffe es ich schaffe es oh oh ich bin gerade richtig gut schon wieder aus der Welt gefallen oder das? Hallo ich? ja onde aber ich gar gar nicht bemerk doch da stand dann noch mal los das hat er der Welt gefallen okay das ist so'n Ohohohohohoho hoComm ich bin grad richtig weit ich bin grad richtig weit scheiße scheiße Spannung baut sich auf Spannung baut sich auf nein 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 scheiße meine Finger zetan ich kann das nicht ich kann das nicht und da ab mir wird runterfallen nein nein Hör auf damit! Hör auf damit! Wünsch mir Glück, Junge! Ja, dann bin ich hier alleine! NEIN! Nein! Scheiße, Alter, ich war so weit! Ich war so weit! Ich auch, ich war auch so! Eigentlich ist das voll easy, was wir hier machen, aber irgendwie machen wir uns das voll schwer! Nach einer Zeit kommen die ersten Sprünge schon auswendig, Alter! Scheiße! Das war richtig Fail! Wenn man mal schneller sterben würde, ey! Das dauert voll lang, bis man stirbt! Stirbt langsam! Ja! Ich bin auch grad so weit, warte! Ich hab grad ne Fledermaus gehört! So! Ja! Alter, warte! Ich bin auch grad so weit, wie du davor auchst! Ja! NEIN! Ach! Hat er gefallen? Ja! Yes! Yes! Warum sprintet er denn nicht? Warum? Ich versteh das nicht! Oha! Ich bin grad richtig gut! Oha! Er sprintet einfach! Ja! Das macht einen voll... Man kriegt voll den Hass gegen... Gegen diese... Gegen diese Scheiße da, Alter! Ne? 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 Ja! Ich weiß! Diese... Diese Sparag-Trickenscheinung ist überhaupt... Ey! Nein! Gegen diesen Parkour hier! Was man hier machen muss! Man kriegt voll den Hass gegen ihn! Sowieso! Aber... Oh! Deine Katze ist auf... Fernsehen noch früher! Ist okay! Welche Minute sind wir gerade? Wir sind in... 13. Minute! Und gleich... Neues Thema, ne? Ja! Können wir auch gleich langsam anfangen! Müssen wir jetzt nicht unbedingt auf die Minute achten! Ja! Ich weiß! Ich weiß ja wo! Nein! Nein! Warte! Ich habe das neue Thema glaube ich schon wieder vergessen! Was? Ich glaube ich habe es wieder vergessen, oder? Ich hatte ja gesagt, dass ich auch ein Thema habe für die nächste Folge! Miau! 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 Ist das so laut? Miau! Ja! Voll süß, ey! Miau! Miau! Die arme Katze, warum knechtest du sie? Ein Knechterlei! Ha! Ha! Tschüss! Ha! 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 Warum habe ich nicht geschifftet? Ha! 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 Geh weg da! Lass mich in Ruhe! Du wirfst mich nicht runter! Und wie ich das mache! Nein! Du Fischkopf, ey! Du Badkopf! Du Batman-Kopf, alter! Ha! Ha! Ha!